Hallo und herzlich willkommen zu diesem MOOC mit dem Titel Diversität und Vielfalt im Kontext der Universität. Rassismuskritische Perspektiven und Einblicke in den Studienalltag. Mein Name ist Helena Segarer und ich bin Lisa Taki. Gemeinsam sind wir wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Projekt HELSI am Institut für Politikwissenschaften. HELSI steht für Higher Education Learning Community for Inclusion. Es handelt sich um ein Erasmus Plus Projekt, das wir gemeinsam mit unseren zwei Partneruniversitäten, der Universität Salamanca in Spanien und der Nicolas Ramirez Universität in Litauen durchführen. Ein Teil des Projektes ist die Konzeption und Produktion dieses MOOCs. Insgesamt werden in diesem Projekt vier MOOCs produziert, die sich jeweils mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten beschäftigen. Ein etwas allgemeiner gehaltener MOOC behandelt die Rolle der europäischen Menschenrechte in der Hochschulbildung. Der zweite MOOC beschäftigt sich konkret mit der Gleichstellungspolitik zwischen Männern und Frauen an der Hochschule und der dritte MOOC mit der Situation der LGBTQ plus Gemeinschaft an den Universitäten. Die Links zu den anderen drei MOOCs findet ihr verlinkt in den zusätzlichen Materialien am Ende dieses Videos. Unser MOOC Diversität und Vielfalt im Kontext der Universität, Rassismuskritische Perspektiven und Einblicke in den Studienalltag beschäftigt sich, wie der Name schon zeigt, mit kultureller und ethnischer Vielfalt an den Universitäten. In diesem MOOC greifen wir die Frage auf, welche Rolle Diversität aber auch Diskriminierung und ganz spezifisch Rassismus an der Universität spielen. Auch wenn in den vergangenen Jahren die Universitäten europaweit diverser und inklusiver geworden sind, zeigen verschiedene Studien und Erfahrungsberichte, dass es nach wie vor Diskriminierung im universitären Kontext gibt. Dies zeigt sich unter anderem in Form von Sexismus, Klassismus, Ableismus, Homophobie und Rassismus. Dadurch ist der Zugang zum Studium in vielen Ländern nicht für alle Gesellschaftsgruppen gleich möglich. Aber auch innerhalb der Universität steigt die Notwendigkeit, sich mit der Diversifizierung der Studierenden als auch der Mitarbeiterinnen zu beschäftigen. Immer öfters fordern Studierende Veränderungen des Curriculums und halten Lehrende dazu an, sich pädagogisch sowie inhaltlich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Der MOOC richtet sich an die gesamte Hochschulgemeinschaft. Das bedeutet, wir wollen Lehrende und Studierende gleichermaßen ansprechen. Darüber hinaus wollen wir aber auch Raum schaffen, um andere Bildungsinstitutionen anzusprechen. Dies ist durchaus ein schwieriges Unterfangen und uns ist bewusst, dass all diese Gruppen unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben. Ebenso wie wir wissen, dass es auch innerhalb der einzelnen Gruppen unterschiedliche Bildungs- und Informationsbedürfnisse gibt. Wir haben daher versucht, möglichst viele verschiedene Perspektiven und Stimmen hier zu Wort kommen zu lassen, in der Hoffnung, dass sich auch viele Personen in diesem wiederfinden. Ein Teil der Expertinnen, die in den Videos vorkommen, sind im weitesten Sinn Teil des Universitäts- und Hochschulbetriebs. Ein anderer Teil von Expertinnen kommt aus der antirassistischen Bildungsarbeit, die schon seit vielen Jahren von verschiedenen Vereinen in Österreich betrieben wird. Und ein dritter Teil der Videos wurde von Studierenden selbst produziert. In diesen Videos haben sich die Studierenden selbstständig mit den Themen Diversität, Diskriminierung und Rassismus auseinandergesetzt und dieses neu erlernte Wissen in den Videos kreativ umgesetzt. Der MOOC gliedert sich in vier Module. Die Module sind thematisch in sich geschlossen, können also aber müssen nicht in der vorgegebenen Reihenfolge angesehen werden. Das erste Modul beschäftigt sich mit der Frage, was ist Diversität? Verschiedene Expertinnen erklären Grundbegriffe rund um das Thema wie Kultur, Ethnizität und Intersektionalität. Dies soll eine Wissensbasis schaffen, die Ihnen dir ermöglicht, die weiteren Inhalte gut zu verstehen und einordnen zu können. Im zweiten Modul liegt der Fokus auf der Universität als Institution der Wissensproduktion und ihre Rolle im Produzieren von gesellschaftlichen Ein- und Ausschlüssen. Die Universität Wien fungiert als Beispiel dafür, wie historisch hegemonales Wissen produziert wurde, um diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft fortzuführen. Das dritte Modul beschäftigt sich mit Diversität an der Universität. Einerseits geht es darum, aufzuzeigen, welche Diversitätsstrategien die Universität bis heute entwickelt hat und welche Kämpfe diesen vorangegangen sind. Andererseits geht es darum, wie Diversität von Lehrenden und Studierenden im Unterricht und in der Lehre erlebt wird. Am Ende des Moduls reflektieren Expertinnen darüber, was es noch brauchen würde, um die vielen verschiedenen Lebensrealitäten, Lehr- und Lernbedürfnisse in einen guten Universitätsalltag zu integrieren. Modul 4 richtet sich vor allem an Studierende. Thema des Moduls sind Handlungsmöglichkeiten im Peer-Kontext sowie Unterstützungsstrukturen. Das Modul soll Studierende motivieren, sich selbstständig mit den Themen Diversität und Diskriminierung auseinanderzusetzen und zur Selbstreflexion ermutigen. In unserem Klossar findet ihr sie, weitere Informationen zu begriffen, welche in den Videos vorkommen. In den Videos seht ihr sie, diese wie folgt am unteren Bildrand eingeblendet. Jedes Modul hat am Ende ein kurzes Reflexionsvideo, in dem die Lernfortschritte selbstständig überprüft werden können. Unter allen Videos stellen wir zusätzliches Material zur Weiterbildung und zum Nachlesen zur Verfügung. Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen und Anhören der Videos und hoffen, dass ihr sie viel Neues mitnehmen könnt.